hallo an alle basler da draußen ja ich probiere es jetzt mal hier ich glaube es ist fast ein bisschen zu dunkel ich drehe mich mal ein bisschen nicht das fenster im hintergrund habt ja ich bin ein bisschen aufgeregt ich bin das erste mal live und eigentlich mag ich mein gesicht gar nicht sehen ja heute ist ein besonderer tag für mich eigentlich war der tag ist dann schon besonders denn ich habe gestern schon ja meinen 500 abonnenten abonnenten bekommen ich glaube es war eine frau bei youtube und da bin ich total dankbar für das überwältigt mich total und ich hatte ja schon angekündigt dass ich eine kleine besonderheit mit euch machen will wenn es denn soweit ist und jetzt ist es soweit ja ich will in zukunft versuchen ein paar mehr videos auf diese art und weise zu machen weil ich einfach auch besser mit euch irgendwie kommunizieren kann dann deshalb probiert es jetzt und heute ist der erste tag und wenn es mit der technik und so noch nicht so richtig klappt dann tut mir das leid aber ihr werdet vielleicht sehen was wie es dann wird ich habe heute was besonderes mit euch vor ich möchte mit euch eine live im live video eine room tour machen denn ja das hat mich bei anderen immer unglaublich weitergebracht in meinem basteln und mit der einrichtung von meinem bastelzimmer und all dem was hier so um mich drum herum ist und genau wenn jetzt noch nicht so viele online sind irgendwie sehe ich das gar nicht so richtig muss das noch mal eben schauen ob ich das hier auf meinem zweiten gerät dann irgendwie besser sehen kann ich gucke mal eben das hat man jetzt mal irgendwie besser geklappt da merke ich da bin ich noch nicht so da bin ich ich sehe dass noch keiner online ist aber gut schauen wir mal ich lade sie später wieder hoch und dann könnt ihr das auch noch mal bei youtube angucken in ruhe und stellen zurückspulen und so wenn euch was interessiert genau also erstmal möchte ich mich bei allen abonnenten bedanken ich bin echt total überwältigt wenn man so kanal anfängt dann wünscht man sich das natürlich und sieht es auch bei anderen wie die mit hunderten und tausenden von abonnenten umgehen aber so richtig daran glauben tut man nicht und das ist am anfang auch echt zäh und dauert und dauert und dauert und dauert ja das hat mich baut mich immer auf und zeigt mir dass ich mit basteln da schon auf dem richtigen weg bin und wie gesagt ich würde mich auch total über konstruktive kritik freuen wenn ihr glaubt ich könnte was besser machen oder so meldet euch das ruhig zurück genau damit dann habe ich noch so ein paar menschen die ich besonders grüßen möchte mein ganz besonderer dank geht an sonja schulte von papier tenten 11 sie ist meine upline und ja sie hat mich in diesem jahr schon ganz besonders begleitet und ich bin froh sie kennengelernt zu haben auf dem weg und ja von monat zum monat bin ich mir immer sicherer dass es eine gute entscheidung war in ihr team zu gehen ja vielen dank sonja an dieser stelle und dann gibt es noch so eine kleine truppe an bastelschwestern die ich an der stelle auch total gerne grüßen möchte denn ja auch ihr seid mir irgendwie ganz besonders ans herz gewachsen im letzten jahr zu den meinen freundinnen die ich auf normalem direkten wege habe die mich auch toll unterstützt haben die oft zu mir zum basteln gekommen sind und so aber ja mit euch ist was ganz besonders viele von euch kenne ich gar nicht persönlich aber wir sind irgendwie so nah ja vielen dank auch dafür an euch ja das war der der danketeil und ich denke jetzt könnten wir eigentlich anfangen mit der room tour wie gesagt ich würde mich freuen über kommentare wenn ihr noch fragen habt zu irgendwelchen sachen die ich euch genauer zeigen soll oder so dann ja fragt mich einfach und ich gucke was ich euch beantwortet bekommen und was nicht ich stelle euch jetzt einmal um auf die andere seite so dass ihr mein zimmer besser sehen könnt und dann zeige ich euch mein reich ich muss ja eben ein stück vorher trinken und dann fange ich direkt mit dem schandfleck an also hier hinten ist mein schandfleck das ganze verpackungsmaterial das ist meine eingangstür hier das ist so ein bisschen gruselig gerade noch eigentlich habe ich für euch aufgeräumt aber nicht in jeder ecke sonst ist es hier ein bisschen gruseliger das ist meine feenecke ich habe hier unten alles mögliche an deko zeug und hier ist eben meine ecke mit karten und so hier vorne hängen karten die für mich gebastelt worden sind und das sind karten wenn schon mal eine freundin vorbeikommt oder so dann hallo annie schön dass du zuguckst genau dann können die sich ja was aussuchen das sind karten die ich in videos gemacht habe oder so hier sind angefangene sachen karten rohlinge und hintergründe die schon mal gemacht habe und allen möglichen krempelkram habe ich hier drin zum beispiel sachen die ich noch verpacken will so wie diese kleinen nutella gläschen und so und ich merke gerade mein building chief das ist nämlich mein lieblingsbild und dafür hier hinten ist so mein privater hallo annie mein privater bereich zum schlafen und so weiter und so fort und dann seht ihr hier auf der seite ich muss eben hier der ordnung halber den schrank zu machen das ist meine ecke in der ich meine videos mache und mein schreibkram mache die steuer und den ganzen anderen drizzle ja genau und das ganze video equipment was ich sonst benutze wenn ich die videos drehe hier unten ist ein kleiner korb den habe ich geschenkt bekommen letztens und der ist super weil damit schleppe ich mein bastelzeug immer auf den balkon wenn ich draußen basteln weil ich liebe meinen balkon und wir haben einen ganz großen balkon und kann man toll basteln ja vielleicht mache ich da mal einen workshop wäre das gut ich weiß nicht annie kann was dazu sagen die ist nämlich schon mal da gewesen ja danke das ist extra für euch ich habe sogar geputzt so jetzt geht es aber ich schwenke einmal langsam rüber hier hinten habe ich noch am fenster so eine kleine ecke wo ich schon mal ganz gerne bilder mache und dann schauen wir mein bastelreich an ja ich habe total viele tipps einfach auch aus anderen aus anderen videos anderen roomtours zusammen gesammelt ja vielen dank dass meine annie war schon mal bei mir zu einem workshop und ja ich bin da ja ja mach das immer gerne und freue mich wenn andere zum basteln zu mir kommen also ich fange hier außen an ähm das ist ein ganz normales ikea regal ich habe auch ein kalax ich hatte hier vorne ja auch noch eins viele benutzen die ähm ich finde das eigentlich ähm immer ein bisschen platzverschwendung weil die sind ja ich zeige euch das mal die sind ja relativ breit ich nutze das jetzt hier das zeige ich euch vielleicht als erstes vor allen dingen für papiere die 30x30 sind da passen die nämlich super rein das sind aber am anfang hatte ich alle papiere da drin das sind aber im moment nur nicht aktuelle Stampin Up Papiere oder von anderen ähm von anderen Firmen denn ich habe gemerkt wenn ich an meinem Schreibtisch sitze also das mag bequem auch schon ihr seht da vorne auf mein iPad damit ich die Kommentare sehen kann ich glaube fast das kann ich fast ausmachen ähm also an meinem Schreibtisch sitze muss ich immer da drum herum und dann benutze ich das DSP einfach kaum ähm das hört sich immer bequem an wenn man an der Stelle nur äh alles Hand mit der Hand greifen können muss aber ähm ich merke die Dinge die ich mit der Hand greife benutze ich ja mal greifen kann also die in dem Radius sind die benutze ich am allermeisten deswegen habe ich versucht möglichst viel an meinen Schreibtisch zu packen aber hier im Regal habe ich halt alle möglichen Sachen möglichst nach Themen sortiert also zum Beispiel habe ich hier ähm alle Strukturpasten und Schablonen das heißt wenn ich mit Strukturpaste arbeiten will das weiß ich in der Regel vorher oder ich merke währenddessen dass ich das will dann schnappe ich mir die Kiste hier raus stelle sie mir auf den Schreibtisch deswegen habe ich auch einen großen Schreibtisch wo dann diese Kisten an der Seite immer Platz haben ähm und hole mir meine Kiste und packe das dann da rein und manchmal muss ich die eben auch umpacken sind die kleinen ähm die kleinen Kisten an der Stelle ähm so dass ähm dass die irgendwann zu klein werden und ich dann größere brauche und ich habe halt verschiedene Größen hier sind noch alles mögliche Anwendern wo ich mir dann das hole was ich brauche für Embellishments ähm ich habe hier eine Kleberkiste das ist ich habe auch Kleber an meinem Schreibtisch aber das ist die Nachfüllkiste quasi und eine Embossingkiste die gar nicht zu ist ähm da habe ich ich zeig euch das mal genau da habe ich alle Embossing ähm also Pulver drin und die bewahre ich hier in solchen Tupperdosen auf die vom Möbel Schweden sind und hab alles habe ich hier jetzt noch nicht da habe ich gerade frisch mit angefangen ich gucke mal ob ich eine Farbe finde wo ich das schon vorbereitet habe jetzt wird es ein bisschen holprig hier bei Silber ist es so ich setze mich mal kurz mit euch hin also ich habe eine Dose mit Silber und ähm die Dosen kosten nix ich weiß ich glaube ich 5 Stück für 2 Euro oder so und dann habe ich hier so ein Kabelclip reingeklebt und da einen Löffel dran gemacht so hängt mir das der Löffel nicht im Pulver und ich habe halt immer einen passenden Löffel da mit dem ich das Pulver auf die Karte kippen kann und das was übrig ist fällt direkt in diese Dose dadurch ähm ja habe ich es ist ganz praktisch vielleicht könnt ihr oder derjenige der gerade noch online ist mir mal kurz schreiben ob das mit dem Ton soweit okay ist ähm da bin ich mir gerade nicht so sicher äh genau und so habe ich halt alle möglichen Dinge hier in diesem Regal die ich mir dann extra hole wie zum Beispiel die Embossing Kiste oder so wenn ich das dann gerade arbeite ich habe hier auch noch eine Kiste mit Kartenrohlingen hier sind Akzente, Metallgarn, Verschlüsse und Fenster mit Magneten und so weiter und so fort also alles das was ähm man da findet ja danke Annie okay Ton ist gut dann habe ich hier daneben so ein kleines Regal das habe ich früher mal so für Homöopathie Mittel benutzt und so da sind meine Nouveau Drops drin ein paar besondere ähm Embossing ähm Pulver die aber jetzt nicht von Stampin' Up sind genau und dann gehen wir schon mal weiter dann habe ich hier vorne noch so Plastikkisten und in jeder Kiste ist ein angefangenes Projekt also viele haben ja so Ufos und wie heißt das unvollendete Objekte und diese ähm in den Kisten sind halt Sachen die ich angefangen habe zum Beispiel habe ich arbeite ich hier gerade ich kann das mal aufmachen arbeite ich hier gerade an einem Kartenbuch ähm Karten und ähm die habe ich dann alle da drin inklusive des Materials was ich schon zugeschnitten habe und so so hat man das übersichtlich und das fliegt nicht rum und ich muss eben auch nicht jetzt ein Projekt zu Ende arbeiten sondern ich kann das erstmal wieder verstauen und was anderes anfangen je nachdem wie das zeitlich ist so dann kommt hier meine meine Stanz und ähm und Kaltembossing Ecke ähm ich besitze zwar noch die werde ich jetzt irgendwann veräußern eine Big Shot aber ähm ich bin umgestiegen auf die Gemini ähm viele fragen mich immer ob das besser ist mit einer elektrischen mir ging es gar nicht darum dass die elektrisch ist sondern die ist einfach platzsparender ich kann habe sie hier direkt an meinem Tisch nehmen an und kann halt ähm hier mir einfach das Sandwich nehmen das da reinpacken hier das äh zusammenstecken und schieb das einfach hier rein und dadurch dass die auch eine Rückholfunktion hat schiebe ich das einmal durch und bevor es hinten runterfällt lasse ich es zurückkommen und kann halt alles von dieser Seite bearbeiten das hört sich jetzt auch so an als wäre ich total faul bin ich aber wirklich nicht es ist viel bequemer früher habe ich die Big Shot auf dem Raskock gehabt den habe ich mir dann immer ran geholt und ich habe einfach ganz ganz wenig gestanzt weil das einfach lästig war und jetzt stanze ich bestimmt sechsmal mehr an Zeugs aus deswegen ich kann das nur empfehlen packt euch eure Big Shot oder was ihr habt wirklich so nah an euren Arbeitsplatz dass ihr wirklich gerne damit arbeitet dann habe ich hier alle meine Stanz oder ein Großteil meiner Stanzform hier vorne sind halt die von Stampin' Up und ein zwei auch von CITICS noch dabei die habe ich in diese Plastikkisten von Ikea gepackt da passen die super rein wenn man halt mehr hat braucht man mehr und die die ich so von woanders habe ich muss mal eben schauen das ist hier zum Beispiel hier die die waren mit bei der bei der Dämonite zum Teil dabei da nehme ich mir von Action diese das steht hier von hinten vielleicht diese Magnetpapiere schneide die mir auf DIN A5 und packe die in diese Hüllen und normalerweise hält das auch es sind nur gerade jetzt hier zu viele drin ich habe aber jetzt hier zum Beispiel alle Schriftzüge drin und dann sortiere ich die halt meist thematisch dahinten ist noch eine zweite Kiste mit Embossing Foldern und diese Kisten haben halt auch Deckel und einen habe ich hier als zum Auskurbeln benutzt und zwar kann ich dann hier wenn ich was ausgekurbelt habe zum Beispiel Schmetterling mit so vielen filigranen Teilen kann man das hier auskurbeln die Sachen fallen hier rein und so kriege ich es halt am besten in den Mülleimer und habe nicht so ein tierisches Theater hier ist noch ich habe ich so eine Fusselrolle die benutze ich total gerne um zum Beispiel von einem ausgestanzten Teil was ich gelöst habe einzelne kleine Plättchen noch so raus zu kurbeln das habe ich mal bei Jennifer Maguire gesehen das funktioniert super kann ich nur empfehlen die kosten bei Ikea gar nichts keinen Euro und die kann man halt immer wieder benutzen so jetzt packe ich mal eben mein iPad hier weg damit das nicht stört wenn ich euch den Rest sehe zeig hier sind alle meine Stempelsets von Stampin' Up das ist so ein Aufsatzregal von Ikea dadurch dass der Schreibtisch tief genug ist stört das da hinten gar nicht und ich habe alle wirklich griffbereit mit der Hand da ich hatte letztens Besuch von zwei Bastelfreundinnen und die waren total erstaunt dass ich so wenige Sets habe ich versuche das nicht bewusst aber möglichst keinen zu halten weil ich einfach möchte dass ich nicht so einen Überschwang an Material habe das ist schön wenn man viel Material hat aber ich finde gerade bei den Stempelsets ist das oft nicht nötig und dann wird es irgendwann unübersichtlich und ich möchte nicht mit einem Katalog nebenbei sitzen Hallo Birgit war schön dass du dabei bist ähm genau ähm das also das sind jetzt alle meine Stempelsets und ähm von Stampin' Up ich habe noch so ein paar einzelne ältere die habe ich weggepackt ähm es gibt noch einen anderen Ort da habe ich Stempelsets die eben nicht von Stampin' Up sind da oben in diesen Ordnern die sind auch in diesen DIN A5 Höhlen mit einer Pappe dahinter und da stecke ich die rein ähm genau aber meistens arbeite ich eh mit den SU Sachen wenn man einmal die Qualität zu schätzen gelernt hat dann ähm ja nutzt man die anderen Sachen finde ich nicht mehr so gern und für meine Arbeit ist es eh nötig dann habe ich hier noch so ja klar was man braucht alles mögliche an Stiften ich versuche dass da möglichst immer nur einer von jeder Sorte drin ist damit es nicht unübersichtlich wird genauso meine Scheren, Cuttermesser und mein Falzbein ohne das geht wirklich arbeiten kaum ähm ich habe auch immer noch so kleine Wäscheklammern um zum Beispiel wenn ich Boxen zusammensetze und so da bin ich ungeduldig beim Kleben dann fixiere ich die da da bin ich echt total ähm froh drum die benutze ich ziemlich viel und natürlich Tücher für alle möglichen wenn mir das Glas umkippt oder ich beim Aquarell malen was ähm neu machen will ich glaube ich ruckel ein bisschen viel ne ihr müsst mir das sagen wenn das zu viel wird ähm genau dann habe ich hier noch ähm so eine kleine Box hier hinten sind noch so lose Teile hier habe ich eine Box mit Stanzteilen ich glaube jetzt war ich gerade auf dem Mikro noch mit Stanzteilen die einfach übrig waren oder Sachen die ich mal koloriert habe so wie diese Blüten oder so die irgendwann mal übrig waren und ähm oder hier sind auch so gestempelte Sachen die übrig waren wo ich noch keine Karte mitgemacht habe die hebe ich halt da auf da will ich einfach ähm ja die sind zu schad um sie wegzuschmeißen und da gucke ich dann doch immer wieder nochmal rein manchmal ist das auch eine einfache Idee wenn ich keine Ahnung habe was ich machen will nehme ich mir die Kiste suche mir 2-3 Stanzteile aus und dann arbeite ich damit was meine Gansai Tambi das sind Aquarellfarben in äh verschiedenen Gold und Silbertönen die liebe ich total für Akzente oder so benutze ich die schon mal ganz gern oh jetzt bin ich grad auf über euch drüber das wollte ich nicht so dann hier mein Stemparatus da liegt noch was drunter ach kleine Mini Dankeschön Kärtchen die ich immer wieder mal brauche für Kunden oder wenn ich ne was fertig gemacht habe ich hab ähm mir von Sabine jetzt weiß leider den Nachnamen nicht von Bugbee ähm ähm so eine Hülle nähen lassen für mein Stemparatus ähm so habe ich alles immer beieinander die Platten beieinander die Anleitung und kann ihn auch toll mitnehmen und da auch nochmal ein Stempelkissen oder so reinpacken ich liebe die die hat die wirklich toll gearbeitet also das kann ich nur empfehlen ich hab das über ihr in der Wandershop gemacht schaut mal äh das gibt's ja bald nicht mehr ähm aber wer einen Kontakt haben will dem kann ich das gerne nochmal schicken ähm genau so und dann ist meine Arbeitsfläche hier also die ähm ähm mein äh ja das Zentrum quasi meiner Arbeit meine Stempelmatte meine Klebematte die ich viel zu selten benutze was total ärgerlich ist dann habe ich hier alles mögliche an Reinigungsmitteln ähm Stampin Mist und ähm Stairs on Reiniger ich habe auch immer so ein total ölsches ähm Mikrofassertuch hier und natürlich die äh Schraubkiste dann habe ich mir bei Regale für dein Hobby diese Stempelregale gekauft und das war echt eine total gute Investition weil ich alles übersichtlich wirklich da habe man sieht mir fehlen noch einige Nachfüller das kommt so nach und nach immer mit und hier oben habe ich dann passend dazu noch diese Kisten mit den Fingerschwämmchen für jede Farbe so dass ich die halt ganz prima hier in der Nähe habe und wenn ich die brauche benutze ich die ach ja hier oben habe ich noch vergessen auf meinem Regal habe ich eine Klebekiste und eine Stempelblockkiste und die sind einfach total und hier sind noch meine Croppedile und der Cornershomper weil ich die ganz viel benutze die sind einfach super weil ich hole mir die runter zum Arbeiten die steht dann hier und ich habe jeden Block den ich brauche griffbereit genauso habe ich alle Klebesorten Tombow Fast Fuse Tacky Sticky Tape normales Abreißklebeband diese Schaumstoffstreifen Dimensionals Glue Dots und so weiter da drin und alles was ich ich hole mir die da runter und alles was ich brauche ist da und wenn ich sie benutze dann packe ich sie wieder zurück ich bin nämlich echt ein Großkopf und wenn ich keine festen Plätze hätte für die Dinge dann wäre das alles durcheinander so hier habe ich mein so eine hat mein Mann hier spendiert so ein Cube mit ich glaube vier Steckdosen Wortfindungsstörungen hier oben noch zwei USB Anschlüsse das ist ganz praktisch ich habe meist ein Mini USB Kabel und mein Handy Ladekabel ähm genau um äh mein iPad zu laden wenn ich zum Beispiel Serien gucke beim Basteln oder mein Handy zu laden mein ähm ähm äh Heißluftgerät ist immer angeschlossen dass ich das zu jeder Zeit benutzen kann das lohnt sich total und meine Bastelbibel in die ich alle meine Anleitung schreibe manchmal auch nur ganz gekrickelt aber ich habe alles ähm notiert und wenn ich was nachbasteln will geht es so viel schneller so jetzt kommt nochmal so ein bisschen so ein Schandfleck mein selbst gebasteltes ähm Regal aus diesen Ikea Reststücken das ist schon sehr windschief und ich bräuchte auch ein zweites wie man sieht so langsam und da denke ich werde ich mir zu meinem Geburtstag der bald ist ähm ähm auch nochmal ein Holzregal äh äh wünschen weil das ist einfach kein Zustand also da muss was Neues her dann jetzt wird es ganz spannend jetzt geht es um Müll ich habe hier so einen Dekotopf ja Dekotopf ähm das ist so ein Blumentopf wo man einfach eine Blume rein tun kann da habe ich aber nie eine Blume drin gehabt und da habe ich einfach da schmeiße ich meinen Müll rein und zwar nur das was nicht Papier ist den sammle ich da zum Beispiel wenn ich vom Dimensional hinten das Teil ab ähm abmach oder wenn ich ein Stück Band Rest habe der weg kann und so das kommt alles hier rein und wenn ich fertig bin mit Basteln leere ich den einmal in den Mülleimer unter meinem Schreibtisch jetzt fahre ich euch mal hier runter in den Mülleimer oben meine Papierkiste habe ich gerade nicht da stehen da ist ein Mülleimer ein großer für Restmüll und Plastikmüll den sortiere ich mir später dann raus und eigentlich steht da normalerweise noch eine große Kiste da kommen große Stücke an Papierresten rein und hier habe ich von Ikea nochmal so einen einfachen Mülleimer da steht verkehrt rum den klappe ich mir auf und während ich arbeite und bastel schmeiße ich alles was übrig ist und was ich nicht mehr aufbewahren will an Resten die kommen hier rein das ist total praktisch ich mach das mal wieder zu das ist total praktisch weil ich wirklich alles von meinem Schreibtisch aus machen kann für nichts aufstehen muss nochmal nicht weil ich faul bin oder bequem oder so sondern wirklich weil es einfach schneller geht und praktischer ist ich zeige euch auch eben was hier drunter ist hier habe ich nochmal von Regale für dein Hobby so ein so ein 30 Papierregal für 30x30 Bögen und da sind alle aktuellen Papiere drin denn die brauche ich regelmäßig und die kann ich eben so auch direkt greifen habt ihr vielleicht Fragen bis jetzt wollt ihr noch was besonderes wissen oder habt ihr selber ein Problem mit eurem Aufbewahrungszeug dann fragt mich einfach dafür ist das Live Video ja da also hier unten habe ich noch so Material Workshop Sachen Visiten, Karten, Briefpapier und eben noch einmal so eine kleine Holzkiste die hole ich euch auch mal eben vor die ist auch von Ikea da habe ich hier hinten den Deckel von die gibt es in der Bartabteilung und da ist einfach dieses das ganze 6x6 Inch Papier drin und von Ikea gibt es hier diese Tüten und wenn ich nur noch viele Schnipsel habe dann kommen die in diese Tüten irgendwann meistens geben diese dünnen Zillofantütchen eh irgendwann auf und hier drin kann ich das besser mitnehmen und auch wenn ich es für Workshops mitnehme oder so lasse ich es in den Tüten so einmal weg damit hier habe ich noch eine Moppe Kommode von Ikea die benutze ich noch gar nicht ich habe mal gedacht ich bräuchte die aber bis jetzt ist die noch nicht nötig und dann sind hier so wie so Swiffertücher die benutze ich fürs Embossen das ist ein total guter Tipp finde ich wenn ihr so Krümmel vom Embossen oder so oder auch viele kleine Schnipsel habt kann man mit denen ganz schnell einfach die Oberfläche sauber machen und wir gehen mal noch hier rüber zu meiner Papiersortierung ich zeige euch das hier ich hole das mal hoch ich habe in zwei von diesen festen Ikea Stand Ordnern ich weiß gar nicht ob ich so oft Ikea sagen darf wahrscheinlich nicht ne sammle ich alle Papiere und zwar hier zum Beispiel sind alle Reste von Blutorange das sind so A4 Hüllen mit so einer mit so einer seitlichen Lasche dadurch fallen mir die da nicht raus und ich habe mit dieser Karteireiter Stanze hier oben einmal den Beginn einer neuen Farbfamilie also hier mit den Signalfarben markiert und die Farbe dann und so wenn ich jetzt weiß ich will eine Karte in Mango arbeiten gucke ich erstmal hier bei Mango nach meinen Resten was kann ich davon benutzen und wenn da nicht genug ist dann fange ich ein neues Papier an und die habe ich alle hier diese Regale habe ich selber gebaut da könnt ihr mal gucken ich versuche mal bei dem Youtube Video das einzubinden ihr seht auf meinem Youtube Kanal gibt es ein Video zu den neuen Inkolor von diesem Jahr und da habe ich gezeigt wie ich die gearbeitet habe was man natürlich immer braucht Papierschneider und ich habe noch einen großen Hebelschneider wenn ich größere Mengen Papier oder Graupappe schneiden will brauche ich den und hier hinten ja noch eine Box für Feuchtdücher wobei ich die eigentlich zum sauber machen gar nicht mehr benutze deswegen ist die auch leer für Workshops benehme ich die schon mal noch und Desinfektionsmittel und das habe ich nicht hier weil ich einen totalen Putzfimmel habe und es hier keimfrei an meinem Basteltisch haben will sondern damit kriegt man super Klebereste weg den Tipp habe ich von Alexandra Grape mal aus einem Video und das kann ich echt nur empfehlen denn das macht richtig sauber auch wenn man schon mal so was auf dem Boden fällt auf dem Laminat das benutze ich total gern hier habe ich dann an der Seite nochmal ganze Pakete Papier die ich dann nachladen kann wenn mir was fehlt hier oben das ist noch nicht so richtig eingerichtet da sind noch meine Stanzbretter alle Envelope, Punchboard und so weiter die Stanzkiste aus dem neuen Hauptkatalog die wunderschön ist habe ich euch glaube ich auch schon mal in einem Video gezeigt und noch so diverse andere Kleinkram ja aber das war es auch glaube ich so dann machen wir um da bin ich wieder das war es eigentlich ach eine Sache habe ich euch noch vergessen da drehe ich auf schaut mal hier unten wenn ich neue Sachen habe also neue Stempelsets oder von den Stanzschablonen das habe ich euch noch gar nicht gezeigt das mache ich noch hier zum Beispiel das neue Tropenset da mache ich immer das Klebepapier raus und tue diese Magnetfolie rein und lege die Sachen dann da drauf sodass das darauf haftet und bevor die Sachen halt quasi einsortiert werden habe ich die hier in dieser Kiste da sind schon zugeschnittene Papier Magnetfolien von den A5 Höhlen mit der passenden Pappe da rein und da kommen dann die neuen Sachen rein und wenn ich irgendwann Zeit habe nehme ich mir die alle auf einmal und sortiere sie ein und weg und dann ist es auch wieder in Ordnung so das war es jetzt aber ja ich hoffe euch hat das Video gefallen für mich war das echt neu und ja ein bisschen aufregend wobei wenn man einmal anfängt geht es ich hoffe es hat euch was gebracht ich würde mich total über Rückmeldung von euch freuen schaut mal ob ihr was damit anfangen konntet wer das Video bei YouTube sieht schaut doch auch mal auf meinem Facebook-Kanal also auf meiner Facebook-Seite nach denn ich habe mich jetzt nochmal dazu entschieden weil es mir wirklich im Moment zu anstrengend ist und zu viel Arbeit ist nochmal eine eigene Internetseite zu machen oder einen eigenen Blog zu machen schaut doch nochmal auf meiner Facebook-Seite weil da findet ihr alle Angebote, alle Rabatte da ich jetzt ein Jahr Demo bin und mein Demo Geburtstag Feier gibt es im Moment 10% im August von mir von mir persönlich also von Dami Fee Kreatives aus Papier wenn ihr bei mir Stampin' Up Sachen bestellt und es gibt die Bonustage bei Stampin' Up das heißt wenn ihr für 60€ bestellt bekommt ihr einen 6€ Gutschein für den September nach oben drauf das heißt ihr könnt bis zu 20% sparen und wer für 60€ bestellt der hat auch Versandkosten frei bei mir für die nächste Sammelbestellung also wenn ihr was braucht meldet euch bei mir ja nochmal ich würde mich total freuen wenn ich nochmal Rückmeldung von euch bekomme ob euch das Format gefallen hat und auch wenn nicht das ist total okay aber dann bevor ihr einen Daumen runter gebt also so wäre ich einfach froh wenn ihr mir die Gründe dafür dann auch schreiben würdet weil mit einem Daumen runter kann ich erstmal nichts anfangen außer dass ich weiß dass jemandem nicht gefallen hat wenn ihr mir aber was dazu schreibt dann kann ich auch nochmal gucken kann ich was an meinem Format ändern oder an den Dingen ändern die sonst so sind vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder bis dann tschüss bis dann bis dann bulky auf das